Musik 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 Playarts Action Modell Tiny Bronco Okay, Gesundheit Musik 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 Ah, es ist hell, meine Augen Musik 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 Nein, warum schwebst du daneben? Musik 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 Das fliegt einfach wie besoffen, also Gleitet wie besoffen Musik 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 Hallo Bananos, besoffene Chagobus, ja, beim Gleiten irgendwie schon. Oh, das sieht ja cool hier aus. Ich wollte eigentlich zum S-Bahn, nicht hierher, aber nehme ich auch. Mhm. 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 Okay, alles dann. In der Ecke, wo ich noch nicht war. Äh, Naoki Yoshida, der Producer von FF 14 und 16, hat letztens eine Andeutung zu FF 9 gemacht. Die Gerüchte zu einem Remake könnten sich also immer mehr bewahrheiten. Mhm. Ich hätte nichts dagegen, also. Immer ja, immer gerne. Mhm. Mhm. Ja, ne Pause klingt vielleicht nicht schlecht. Sollte man ab und zu machen, wenn's im Spiel etwas anstrengend wird. Was ich letztens auch machen mit diesem Datenbank, äh, kämpfen. Alte Badestätten. Oh, okay. Okay. Ja. 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 Wie geht er nicht hoch? Wo ist der andere Schatz? Wo ist der andere Schatz? Der sitzt hier, wow. Ah, hier. Also Vorbestellerbonus zum neuen Addon ist nämlich ein Zidane-Minion drin und in der Digitaldeluxe ein Garnet-Minion. Und er sagte dann, ihr habt bestimmt die Andeutung zu FF9 gesehen, das ist aber noch geheim. Oh, okay, das ist sehr viel Geteaser. Interessant. Diese Teaser. Ja, aber sehr auffällige Teaser. Wo ist jetzt der Esper? Und? Oder? Das wird hier auch wohl drin sein, oder? Ich meine, ich bin sie zwar los, aber diese Screenshots der Riesen-Emoji, äh, boah, eh. Ja, es ist irgendwie gruselig. In dieser Gegend befinden sich Scheine einer neuen Bahamut-Art. Ja, das ist ja toll. Aber ein roter Bahamut, voll geil. Boah, geil. Die Punkte gerade nicht. Alter, was soll ich alles drücken? Ähm, okay. Dum, 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 dum. Ach, du Scheiße. Okay. Oh, Bahamut macht es mir jetzt nicht einfach. Ich denke aber, es wird so ein Remake in Shibylook, wenn du ins Kommen solche Ausmaßnahmen wie FFV, wird es bestimmt nicht. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn ein Remake kommen wird. Ich fände es auch super. So, es kommt zweimal Kreis vor. Am Schluss. Dann, 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 dann. So. So. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Es war so klar mit dem Kreis. Ah. Kreis. Fähig. Kreise. Wie soll ich jetzt Dreieck gemacht? Scheiße. Genau diese Stelle war Mann. Ich verwechsel, ich will immer Kreis drücken. Schweine. Ich kann das durch, na, dann. Pass das Kreis! Oh Gott, ich hab's dann gekriegt. Ah, dieses Tattoo juckt grad so. Die. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörer-Materie der Esper verstärken. Die Schoko-Hu-Wir sind alle Schoko-Hu's. Ich bin ein Schoko-Hu und du bist das ebenso! Ich hab da nen Schatz verpasst. Das akzeptier ich nicht. Ich hab nicht mal gecheckt, dass hier ne Schatzversteck ist. Ich hab voll nicht aufgepasst. Ich hab nicht mehr gezwungen. Passt doch gut, weil ich wollte sowieso nochmal hier zurück. Wir haben mit deiner Mutter geredet. Sie meinte, dass du das Trainingsgelände gar nicht benutzt. Also habe ich mir gedacht, ich könnte da ja mal eine Runde auf Aponi drehen. Komm nicht näher. Wir leihen uns Aponi mal aus. Hey, das wollen wir mal. Ich zuerst. Das wird mein großer Auftritt. Ich glaube, ich blogge gleich zum ersten Mal, seit ich diskutiert habe, einen User. Was? WTF? Alles okay? Du meinst keine Bilder, oder? Bilder? Was? Ich bin gerade verwirrt. Behauptet, Chocobo setzt ein Flug, Chocobo, seine Fertigkeit des Gleitfluges. Oh nein. Mir hängt da einer am Arsch, die Bilder malt und die verkaufen will und die spame ich voll. WTF? Also so ein, so ein, hier, Werbemensch, oder was? Nutze den Strömungsgenerator und steige blitzschnell auf und ab, sodass auch die Ringe, die mir die Punkte bringen, erreichen kann. Okay. Habe ich auch ab und zu. Ah, sowas ist lästig. Ungefähr. Ja, wenn es so eine fremde Person ist, würde ich es sowieso blocken. Das wird super! Ja, sowas ist lästig. Ja, sowas ist lästig. Ja, sowas ist lästig. Ja, ich habe jetzt die einen verpasst, scheiße. Ja, ich muss es nochmal machen. Verdammt. Weil den einen habe ich jetzt nicht mehr erwischt. Ich habe nur ab und zu Freunde spezielle Bilder von sich verkaufen. Ah ja, gut. So ist das auch. Weiß nicht. Aber dieser Remix ist auch geil. Da ist eine Kiste. Ich sehe die Kiste da. Blalalalalala. Oh, okay. Das war zu doll. Das lief ja nicht so gut. Das war ein bisschen zu doll. Das war aber der Absturz. Ich kriege nämlich eine Waffe für Yuffie. Ich brauche die. Schenke mal Dizzy. Das wird super! Ah, okay. Ich habe gelernt, dass der erste Versuch meist der Beste ist. Oft, ja. Hoffen wir mal nicht. Ich will gerne die Waffe haben. Also, ich kann meine Waffe haben. Ich kann mich damit erneuten. Also, diese Versuchungen machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dankeschön, Dark. Zur Ausrüstung, Yuffie. Dankeschön. Sehr nice. Okay. 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 Ach du Scheiße. Okay. 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 Dann muss ich wohl weiter auf Abonni reißen. Mensch, dann müssen wir das jetzt halt machen. Pech für dich. Oh, fuck, ey. 7400 Punkte, holy fuck. Da hat Juffi Spaß. Oh, die Dinger bewegen sich auch noch, okay. Oh, das war, glaube ich, nicht so gut. Okay. Ja, ich muss erst mal eh die Strecke lang. Du, 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 du. Selbst so eine kleine Übung schaffst du nicht? Wenig beeindruckend. Was? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Dir zeige ich's. Los, Juffi, mach sie fertig. Ich muss nur gucken, wo da unten der Punkt jetzt war. Och, du, 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 du. Hm. Ja. Ich muss auch erst mal. Okay. Das war's für heute. Okay. Ich hab die Strecke noch nicht so wirklich im Blick. Ist auch ein bisschen schwierig, weil die Dinger sind so riesig. Du siehst hier den Rest der Umgebung gar nicht. Hm. Hm. Okay. Kurz auf, okay. Juffi genießt das richtig. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ergibt gar keinen Sinn, das lief ja nicht so gut Wie soll ich denn über 7000 Punkte kriegen? Gibt es da noch mehr? Ich blick die Strecke gar nicht Ich muss irgendwie auch auf die Seite wahrscheinlich kommen, damit ich mir noch ein bisschen Schwung hole Dann drüben geht es ja auch noch weiter Okay, das habe ich nämlich gerade gar nicht gesehen Also ich muss auf jeden Fall mir immer Schwung holen Okay Ja, super Schon verkackt, glaube ich Ah, die Dinger laufen gar nicht Die da vorne laufen, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin Okay Allerdings habe ich schon mal so eine Winddinger gefunden Dann mal los B.I.A. B.I.A. B.I.A., B.I.A., B.I.A. B.I.A., 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 B.I.A. B.I.A., B.I.A., B.I.A. B.I.A., 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 B.I.A. B.I.A., 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 B.I.A. Okay, reicht trotzdem nicht. Ach, wie soll ich die denn alle erwischen? Ich darf mit ihr absprechen. Etwa so. Wir fliegen jetzt bis dort hinüber. Echt? Na dann zeig doch mal wie. Ich würde wirklich gern von einem Profi lernen. Wie hinterhält ich? Mir reicht's, ich gehe. Herr je. Das ging wohl nach hinten los. Ja, ja, tut mir leid. Komm schon, wir müssen hier hinterher. Dann mal los. Also ich muss im Grunde eigentlich alle erwischen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich denn den Schwung noch bekomme. Den sehe ich halt noch nicht so. Ich sehe nur diese Propeller da unten. Ah, fuck you. Also. Wow, die ziehen alle jetzt nicht. Ist das dein Ernst? Das ist ja super. Auf. Auf. Ah. Warum funktioniert denn der nicht? Sollten die Dinger nicht eigentlich funktionieren? Das verwirrt mich halt gerade. Weil der hier ist zum Beispiel auch außer Betrieb. Ich blick da noch nicht so durch. Bis zum nächsten Mal. Hmm. Nein, natürlich. Ich verstehe das hier nicht. Warte, ich probiere mal direkt was aus. Warte, ich probiere mal direkt was aus. Die Dinger funktionieren einfach nicht. Warte, ich probiere mal direkt was aus. Ich weiß es nicht. Ich probiere mal direkt was aus. Ich verstehe die Ecke hier nicht. Das war nur zum Aufwärmen. Das wird super. Ja, gar nicht. Vielleicht mache ich auch für heute Schluss. Ich kriege heute, ich glaube ich kriege es heute nicht mehr hin. Ich verstehe die Strecke einfach nicht. Ich verstehe die Strecke einfach nicht. Ich verstehe die Strecke einfach nicht. Ich weiß es nicht. Hier ist nichts, weil wo ich nach oben kommen könnte. Nee, keine Ahnung. Ich mach das das nächste Mal. Ich merke, dass ich nicht so wirklich konzentriert bin.